Der Name Kaspar David Friedrich steht für viele Menschen synonym für die Landschaftsmalerei der Romantik. Die symbolisch aufgeladenen, oft meditativ wirkenden Werke des Künstlers thematisieren die Allgegenwart Gottes in der Natur, die Prozesse des menschlichen Werdens, des Seins, der Existenz und des Vergehens. Auch deshalb tauchen in seinen Werken immer wieder Spuren und Zeichen der Vergangenheit auf. Klöster und Burgen, Ruinen, Hühnengräber, Uferszenen, gotische Dome oder deren Überreste auch Friedhöfe. Immer wieder besetzt mit Wanderern, oft einzeln, manchmal in kleinen Gruppen. So prägen Friedrichs eremitische, melancholisch in die oftmals wie verzaubert wirkende Landschaft blickende und häufig in Rückenansicht angelegten Figuren unser Bild des typisch romantischen Landschaftsgemäldes. Aus Kaspar David Friedrichs umfangreichen malerischen Werk verkörpert aber wohl keines die Ideen der Romantik so radikal wie der sogenannte Mönch am Meer. Kaspar David Friedrich wird 1774 in der Hafenstadt Greifswald an der Ostsee in eine Familie streng gläubiger Lutheraner geboren. 1787 stirbt sein älterer Bruder beim Versuch, den beim Schlittschuhlaufen ins Eis eingebrochenen Kaspar David zu retten. Dieser überlebt, ist aber seelisch schwer gezeichnet vom tödlichen Unglück. Die unmittelbare, aber nicht erstmalige Begegnung mit dem Tod bereits in jungen Jahren – ihre Mutter hatten die Friedrich-Kinder bereits sechs Jahre zuvor verloren – prägt nachhaltig Kaspar David Friedrichs Wahrnehmung und Empfindung der ihn umgebenden Welt. Mit engeren menschlichen Bindungen tut er sich sein Leben lang eher schwer. Er studiert, ebenso wie sein Freund Philipp Otto Runge und zahlreiche weitere norddeutsche Maler der Zeit, an der Kopenhagener Akademie. Noch vor Beendigung seines Studiums geht er aber nach Dresden, um sich von dort aus seinem großen Thema der Landschaft zu widmen. Friedrich lernt die Umgebung der Stadt zeichnend kennen und sammelt zahllose Skizzen von Pflanzen, Bäumen, Felsen und Gebäuden. Er schafft sich so einen Fundus an Ideen und Inspirationen, auf den er später immer wieder zurückgreifen kann und wird. Zu den Motiven seiner Werke zählen neben denen, die er in der Dresdner Umgebung findet, neben Hügel und Berglandschaften oder Wäldern, immer wieder das Meer, die Ostsee und seine Heimatstadt Kreisfald. Es geht Kaspar David Friedrich dabei nicht um die Darstellung idealer oder idealisierter Landschaften, sondern um sein individuelles, ureigenes Erleben der Natur in ihrer Schroffheit, Überlegenheit, ihrer Gewalt. Er will so das Veränderliche, den Übergang, das ewige Werden und Vergehen des Lebens, aber auch die Machtlosigkeit des Menschen im Angesicht der Kraft und Wucht der Schöpfung in seiner Malerei sichtbar werden lassen. In diesem Zusammenhang ist auch das Gemälde Mönch am Meer von 1808-1809 zu sehen, das auf der Berliner Kunstausstellung von 1810 erstmals gezeigt und auf begeistertes Drängen des Kronprinzen Friedrich Wilhelm noch während der Ausstellung durch den preußischen König erworben wurde. Ausgestellt wurde es allerdings, gemeinsam mit der Abtei im Eichenwald, unter seinem ursprünglichen Titel Wanderer am Gestade des Meeres. Die These, dass die beiden Werke thematisch verwoben seien und sich nur zusammen erschließen ließen, ist inzwischen aber nicht mehr unumstritten. Zu groß erscheinen die formalen und inhaltlichen Gegensätze. In der Vermutung, dass die am Meer stehende Figur im Leichenzug durch den Eichenwald zu Grabe getragen wird, erschöpft sich zumeist das inhaltliche Angebot der Bilderzählung. Die allgemeinen Reaktionen des Publikums auf die für viele Betrachter doch erschreckende kompositorische Einfachheit und Kompromisslosigkeit des Mönches am Meer waren zunächst einmal eher gemischt. Zu sehr irritierte Friedrich ihre Seegewohnheiten. Die mit ihm befreundete Malerin Helene Marie von Kügelgen beispielsweise beklagte sich, auf der ewigen Meeresfläche sieht man kein Boot, kein Schiff, nicht einmal ein Seeungeheuer und in dem Sande auch nicht ein grüner Halm. Nur einige Möwen flattern umher und machen die Einsamkeit noch einsamer und grausiger. Goethe indes fragte provokativ, ob man das Bild mangels dinglicher Darstellungen nicht ebenso gut auf den Kopf stellen könne. Der Verkauf des Bildes an den preußischen Hof indes bedeutete für Kaspar David Friedrich den endgültigen Durchbruch als Künstler. Aber nicht allein deshalb nimmt dieses Werk in seinem Schaffen eine besondere Stellung ein. Ähnlich wie die Werke des Briten Turner, die mehr Licht und empfundene Atmosphäre denn naturgetreues Abbild einer objektiv sichtbaren Welt einfangen, weiß der Mönch am Meer bereits den Weg in die Abstraktion kommender Epochen. Konturen verwischen, Flächen dominieren über konkrete Bildgegenstände, die subjektiv empfundene Lichtstimmung wird von zentraler Bedeutung. Das Werk ist in seiner radikalen Darstellung für die damalige Zeit nicht nur unkonventionell. Alexander Rach bezeichnet es als eines der aufregendsten des 19. Jahrhunderts. Nie zuvor, so Rach, wurde die Nichtigkeit des Menschseins der Allgewalt der Natur so gegenübergestellt. Nichts ist auf dem Bild zu sehen als ein schmaler Streifen Küste. Ein eremitischer Mann im dunklen Mantel, das Meer und der Wolken behangene Himmel. Scheinbar ein unendlicher Raum. Alles andere fehlt. Brutal und bedrohlich sind die Farbriegel, die in ihrer Wucht das Bild bestimmen. In seiner ersten, allerdings auf einem Text von Clemens Brentano fußenden Rezension, schreibt Heinrich von Kleist dann auch, Das Bild liegt mit seinen zwei oder drei geheimnisvollen Gegenständen wie die Apokalypse da. Und da es in seiner Einförmigkeit und Uferlosigkeit nichts als den Rahmen zum Vordergrund hat, so ist es, wenn man es betrachtet, als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären. Der Bildausschnitt wirkt beliebig gewählt. Rechts und links an den Rändern könnte sich die dargebundene Szene ewig fortsetzen. Die Komposition scheint einfach, eine Dreiteilung von Strand, Meer und Himmel. Dabei ist der von einer unheimlichen Lichtstimmung getragene Himmel überdimensional groß verglichen mit dem schmalen Streifen des Meeres und dem etwa gleich dimensionierten Strand. Zum oberen Bildrand hin scheint sich dieser düstere Eindruck jedoch aufzulösen. Im Vordergrund, links von der mittelsenkrechten Bildachse, steht auf dem Strand eine unsagbar kleine, beinahe verloren wirkende menschliche Figur. Ein Mann, nur in Rückenansicht wahrnehmbar. Um den Kopf lassen sich im Wind kreisende Möwen ausmachen. In der ersten Rezension des Bildes von Heinrich von Kleist als Kapuzinermönch identifiziert, ist die Figur in der Folge immer wieder als Mönch bezeichnet worden. Wohl ein Irrtum, denn Kaspar David Friedrich selbst schreibt in einem seiner Briefe lediglich von einem Mann in dunklem Gewand. Dieser bildet durch die Rückenansicht eine Identifikationsbrücke für den Betrachter, der unwillkürlich in die Situation eintaucht, sich in die Situation der Figur einfühlt, ja beinahe zu ihr an ihren Platz tritt. Auf diese Weise gelingt es dem sich einfühlenden Betrachter, das Überwältigende der dargestellten Landschaft zu erfahren. Kaspar David Friedrich baut, das heißt er konstruiert und komponiert seine Landschaften aus einzelnen bildnerischen Elementen. Diese Bausteine sind jedoch sorgfältig vor der Natur studiert und in unzähligen Zeichnungen, Skizzen, Notizen und Studien festgehalten, ehe sie ihren Weg in die Gemälde finden. Seine Bilder weisen oft einen klaren geometrischen Aufbau auf, der wesentlich zu deren Stimmung und damit zu ihrer oft ruhigen, harmonischen, beinahe schon träumerischen Wirkung auf den Betrachter beiträgt. Oft finden sich in der Grundanlage ausbalancierte Kompositionen, Symmetrien oder regelmäßige Formstrukturen. Es gelingt so, trotz der manchmal beinahe rezepthaften Anlage, ein Vorwurf, der Friedrich in seinem Spätwerk übrigens zunehmend treffen würde, auch dort glaubwürdige, lebendige Landschaften entstehen zu lassen, wo er sie so selbst nie gesehen hatte. Der Mönch am Meer aber bricht in seiner scheinbaren Einfachheit weitgehend mit diesem Gestaltungsweg. Scheinbar deshalb, weil auch dieser Einfachheit komplexe Überlegungen sowie eine gewollte Reduktion zugrunde liegen. Die Bildfläche weist eine klare horizontale Gliederung in drei waagerechte Flächen auf. Sandstrand, Meer und Himmel stehen in einem sehr ungleichen Verhältnis zueinander. Die sehr niedrige Position des Horizonts schafft ein deutliches Übergewicht der Fläche des Himmels gegen die Flächen des Strandes und des Meeres. Quantitativ stehen hier ca. vier Fünftel gegen ein Fünftel. Diese Betonung der horizontalen Ausrichtung wird auch gestützt durch das gewählte Querformat des Bildes. Der Mönch links durchstößt als einzige vertikal orientierte Form diese so grundlegende waagerechte Gliederung und stellt so eine Verbindung zwischen Strand und Meer her. Allerdings endet seine Figur kurz unterhalb der Horizontlinie, sodass der Himmel von seiner Gegenwart unberührt bleibt. Die von Friedrich genutzten subtilen Dreiecksformen in der Formanlage des Strandes und der Wolken weisen auf den Mönch, der in seiner dunklen Kleidung vor dem dunklen Meer schon beinahe optisch verloren zu gehen droht. Auffällig und blicklenkend ist aber auch sein hell vor dem beinahe schwarzen horizontalen Band des Meeres hervorstechender, in nachdenklicher Pose in die Hand gestützter Kopf. Der Künstler verweist durch diese Fokussierung auf die Blickrichtung des Mönches in die sich vor ihm ausbreitende, weite und wüste Wasserlandschaft hinein. Er schaut nach rechts, dorthin, wo Friedrich auch kompositorisch eine weite Fläche für den Betrachter und sein eigenes Nachsinnen geschaffen hat. Von der Position des Mönches aus weiten sich dort auch die Linien im Himmel und des Strandes, ein kompositorischer Kniff, der ebenfalls zur Empfindung von Weite beiträgt. Zuvor waren sie mit der Lesrichtung noch auf den Mönchen konvergiert, hatten so den Eindruck einer sich auf den Mönchen verdichtenden, auf ihn einstürzenden Welt- oder Naturerfahrung suggeriert. Der Kontrast des dunkelgewandelten Körpers des Mannes vor dem hellen Sand hebt diesen abermals deutlich hervor. Eine effektiv und wirkungsvoll angelegte Umkehrung des Hell-Dunkel-Spiels von Kopf und Meer. Direkt oberhalb des Mannes findet sich aber auch die hellste Stelle im Himmel. Spannend ist dies besonders deshalb, weil Friedrich den Himmel unberührt lässt von allem der Erde Verhafteten. Sogar die Horizontlinie ist wie mit dem Rasiermesser abgeschnitten. Über diese Beziehung der hellen Flächen zueinander findet sich dann aber doch eine, wer es möchte, mag sie sakral nennen, Verbindung der irdischen, menschlichen Figur, mit dem darüber sich erhebenden Himmel. Die radikale Einfachheit und der Verzicht auf Details der Landschaft machen es indes für den Betrachter beinahe unmöglich, die Tiefe des Bildraumes einzuschätzen. Es fehlen schlichtweg die Mittel zur Orientierung in der uns präsentierten Welt. Diese Reduktion ist kein Zufall. Friedrich will den Betrachter allein lassen. Die Widersprüchlichkeit von empfundener, unendlicher Weite und Tiefe bei gleichzeitig optischer Flachheit des Raumes stützt den Eindruck von Verlorenheit, vielleicht sogar Deplatziertheit. Der Mangel an Bildgegenständen lässt so gut wie keine plastische Modulation zu. Die beinahe wie Kulissen voreinander gestellten Bildebenen bleiben so, trotz des durchaus vorhandenen Spiels mit Licht und Schatten in den Wolken, den Wogen und dem Sand der Düne räumlich seltsam ungedeutet. Friedrich arbeitet dabei mit einer stark reduzierten Farbpalette. Es finden sich Schwarz, Blau, Weiß, Grau sowie Sandtöne im Vordergrund und in den Wolken. In den Ebenen des Bildraumes erzeugt er so die Andeutung einer Farbperspektive, um die für eine rudimentäre Vorstellung einer Welt notwendige minimale Raumordnung zu schaffen. Die sanften Farbübergänge des Himmels dort, wo ein letztes Abendlicht die Wolken streift, die drohenden dunklen Sturmwolken weit hinten über dem, wie mit dem Rasiermesser am Horizont abgeschnitten wirkenden, beinahe schwarzen Meer, der unnatürlich leuchtende Strand, die simple, aber effektive Gegenüberstellung von weichen und harten Formen, von Weite des Himmels und Enge des sichtbaren Meeresstreifens, von hellen und dunklen Flächen. All dies erzeugt eine überaus spannungsgeladene Szene, eine Landschaft, die dem Betrachter wie ein Rätsel vorkommt. Eben diese Rätselhaftigkeit spricht Kaspar David Friedrich auch selbst an, als er in einem Brief 1809 schreibt, Nun kommen die Gedanken und sendest du auch vom Morgen bis zum Abend, vom Abend bis zur sinkenden Mitternacht, dennoch würdest du nicht ersinnen, nicht ergründen, das unerforschliche Jenseits. Mit übermütigem Dünkel wendest du der Nachwelt ein Licht zu werden, zu enträtseln der Zukunft Dunkelheit, was heilige Ahnung nur ist, nur im Glauben gesehen und erkannt, endlich klar zu wissen und zu verstehen. Tief zwar sind deine Fußstapfen am ödigen, sandigen Strande, Doch ein leiser Wind weht darüber hin, Und deine Spur wird nicht mehr gesehen, Törikter Mensch, voll eitlem Dünkel. Dass Friedrich bei dem zunächst in der Anlage und Motivik so einfach wirkenden Mönch am Meer um die Gestaltung und deren Wirkung gerang, zeigt sich in der langen Arbeitsphase und auch in neueren Erkenntnissen der Forschung. Die vor der Restaurierung von 2013 bis 2016 vorgenommenen kunsttechnologischen Untersuchungen förderten wichtige Erkenntnisse über das Werk und die Arbeitsweise Friedrichs zutage. Erstmals zeigten hochauflösende Infrarotreflektogramme die unter den Farbschichten des Gemäldes liegenden Zeichnungen und machten so den Schaffensprozess nachvollziehbar. So sind auf tiefer liegenden Farbschichten in grober Anlage noch drei Segelschiffe zu sehen, die der Künstler aber später aus der Komposition entfernte, indem er sie übermalte und damit die unendliche Einsamkeit in jener unbegrenzten Wasserwüste auf die Spitze trieb. Denn für die radikale Bildidee wurden nicht nur die Schiffe, sondern auch Netze, Mond und ein Stern, die allesamt ursprünglich Teil der Gestaltung waren, von Friedrich von der Leinwand getilgt. Der Mönch fand sich schließlich vor einer völlig leergeräumten Landschaft wieder. Die scheinbare Einfachheit ist also viel mehr Ergebnis eines komplexen Vereinfachungsprozesses, der sich in der Kunstwelt nach Friedrich in Schüben und Wellen weiter fortsetzen sollte, bis in die radikale Abstraktion der Werke eines Mark Rothko. Aber auch andere, dem Romantiker unmittelbarer nachfolgende Künstler, wie Gustave Courbet oder Lovis Corinth, zollten dem Werk Tribut, in dem sie seine kühne Grundidee aufgriffen. Ein letztes Mal deshalb Heinrich von Kleist, der so treffend über dieses großartige Werk und seine Auswirkungen vorausahnte, Gleichwohl hat der Maler zweifelsohne eine ganz neue Bahn im Felde seiner Kunst gebrochen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 降b continentale